hallo freunde und willkommen heute beschäftigen wir uns mal wieder mit windows 10 und zwar mit das neue multi desktop feature was jetzt mit windows 10 rausgekommen ist ganz neu und ganz toll bei microsoft das ging früher zwar auch musste man aber zusätzliche software installieren ja und zwar geht es darum dass man sich hier wenn man gleichzeitig mit mehrere anwendungen arbeiten muss oder möchte oder ja an mehrere projekte gleichzeitig wie auch immer man kann sich hier über dieses funktion hier die wie gesagt bei windows 10 jetzt ganz neu ist was ja linux user eigentlich seit jahrzehnten kennen und mark user auch ja wie auch immer jedenfalls kann man sich jetzt hier über dieses task ansicht oder sogenannte task view einfach einmal drauf klicken und hier neue desktop einfach einmal drauf klicken und schon hat man noch ein virtuellen desktop wenn man hier zum beispiel ja und eine anwendung jetzt hier startet zum beispiel ja meinetwegen paint hier und man möchte was malen und gleichzeitig aber hier auf eine an auf einen anderen virtuellen desktop hier irgendwie ja mit einer anderen anwendung arbeiten möchte oder sich einfach ein paar notizen machen möchte jetzt mal ganz einfach dann hat man hier ja parallel mehrere desktops hier und kann hin und hier switchen ich kann mir jetzt noch eins erstellen und noch eine anwendung starten ich mache jetzt einfach was hier einfach so beispielhaft halt ja dann hat man hier die möglichkeit ja mit mehrere anwendungen wie gesagt gleichzeitig zu arbeiten und was hier noch ganz cool ist auch vielleicht wenn man jetzt also man kann die anwendungen hier die hier zum beispiel unter desktop 1 laufen wenn man hier einmal drauf klickt und hier des top 1 ja dann erscheint dieses bild hier und hier einfach mit rechte maustaste verschieben nach und dann kann man ja entweder zum des top 2 hier verschieben dann haben wir jetzt hier paint und notizen oder man kann auch verschieben nach neuer des top dann wird automatisch noch ein desktop virtuelles top hier erstellt und ja man kann wie gesagt ja den besser den übersicht behalten schließen kann man einfach mit dem der schließfläche wenn man darauf klickt ja das war es jetzt eigentlich schon ganz kurz und knapp über den ja neue feature hier beim in windows 10 das sogenannte taskview solltet ihr dieses zeichen hier das task ansicht hier in der taskleiste nicht haben dann ist das deaktiviert ihr konntet einfach deaktivieren indem ihr hier irgendwie beliebig auf der taskleiste irgendwo mit einem rechten mausklick macht und hier die option hier task ansicht schaltfläche anzeigen lässt ja wenn ich jetzt den haken hier rausnehmen dann ist es weg dann habe ich das nicht wenn ich das wieder brauche kann ich mir einfach hier aktivieren und damit arbeiten ja das ist eigentlich ganz cool dass microsoft jetzt auch mal darauf gekommen ist ja wenn ihr fragen oder anregelungen habt wie immer einfach einen kommentar hinterlassen und ja freue ich mich auf nächste mal